Jetzt schon gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie Manchester United bestehen. Felix Magath sagt, wenn nicht jetzt, wo wir so einen Lauf haben, wann dann? Philipp Lahm, schön, Fehler von Ferdinand und Sabic und da ist es! Imre Sabic, 50. Minute, 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Ah, souverän von Soldo. Und dann wieder in den Lauf von Sabic Kureni. Tor! Tor! Da ist es aus und der VfB Stuttgart gewinnt seine Heimpremiere in der Champions League. Nach einem Wahnsinnsspiel. Nach einer wunderbaren Leistung.